Willkommen, willkommen zurück hier bei Rage und jetzt geht's los. Wir wollen den Typen fertig machen und zwar machen wir das, indem wir dem schon vorher einschießen. So habe ich mir das gedacht und komm hoch. Jetzt, ja genau, jetzt haben wir ihn. Jetzt muss ich ihn, au. Oh, jetzt haut er mich gleich, jetzt haut er mich, jetzt haut er mich. Ach du Scheiße. Scheißendreck, nochmal, ich habe zu spät nachgeladen. Ich habe ihn aber gehabt, ich habe ihn gehabt und ich werde ihn brechen. Ich habe es im Gefühl, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Wichtig ist nur, dass mein Spiel nicht abkackt, sondern weiter geht's. Jawohl, hier geht's nämlich weiter. So, jetzt dürfte er, jetzt nicht. So, jetzt, nein, das war falsch, sondern jetzt. Jawohl, schnell nachladen. Nachladen, hoch, nachladen, hoch, hoch, hoch. Jetzt haut er wieder zu, jetzt haut er wieder zu. Und? Was ist denn mit ihm? Ach, mach ihn doch fertig. Ach, er macht es halt nicht. Er macht es nicht. Wir laden nach, wir laden nach. Das macht aber nichts. So, jetzt, jetzt haben wir ihn. So, er haut er noch dorthin, wo der rote Strahl hingeht. So, da haut er hin. Und wenn das Ding blau leuchtet, dann müssen wir, dann müssen wir schießen. Oh, stirb, du Rotzvieh. Cool. Ich hab's geschafft. Ich bin the best of the best. Ah, es ist natürlich das Ding zu, weil das kaputt ist. Oh, Mann. Oh, Mann. Puh, das war, äh, nicht ganz ohne. Was hab ich denn noch? Dreimal Scharfschützen? Und vier Raketen und mehr nicht? Oh Gott, ich muss unbedingt gucken, wo ich hier lang kann. Der hat mir doch bestimmt, der hat mir den Weg freigemacht. Gucke, 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 da. Hier, Granaten. Fat Boys, oh, das ist cool. Fat Boys. Hier gibt es so viel von jetzt schon. Komm, nimm auf, mein Guter. Sehr schön. Und jetzt können wir doch wieder ganz normal diese Schrottflinten nehmen. Würde ich nämlich auch sagen. Und jetzt bewegen wir uns mal ganz langsam hier aus dem ganzen Schlammassel wieder raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Stimme ist. Ich muss aufpassen. Hier ist ein Mull. Jawohl. Sehr gut. Ähm, ich könnte hier eigentlich schon mal das in Bandagen. Elf Granaten. Das ist gut. Wie war denn das? Oh, was denn hier? G-Car Styles. The Legend. The Legend. Das ist gut. Okay, also. Hier geht es weiter. Weiter runter, weiter runter. Und das müssen wir natürlich schon wieder mit Gegenwehr rechnen. Weil viel Zeug kommt oft und nicht mehr. Das müsste es gewesen sein. Kompressen ist immer gut. Kann ich denn irgendwas bauen? Wie war denn das? Inventar? Nee, halt hier. Baue alles. coole Sache. Und jetzt finde den Defibrillator. Da ist er. Elektro-Bausatz. Da haben wir ihn doch. Finden wir hier noch irgendwas? Irgendwas, was mir vielleicht hilft. Ekelhaft. Aha. Äh. Äh. Das ist Doom. Das ist typisch Doom. Das ist so ekelhaft. Ich mag das nicht. Oh Gott. Was ist denn hier mein Lobby? Aha. Du kriegst gleich eine. Komm. Jawohl. Ach doch. Oh, da kommt noch so ein Schleimmonster. Das kenne ich doch schon. Komm her, komm her. Nimm das und Mensch wie gut. Brauchst denn du? Geh weg. Das gibt's doch nicht. So. Arschloch. Hab ich so viel jetzt schon wieder verdonnert für diesen Hirny. Antagen. Gibt's ja irgendwo Moon. Irgendwo. Moon. Moon. Es kann doch nicht sein, dass das Spiel mich hier komplett alleine lässt. Ohne dass ich hier irgendwie eine Möglichkeit habe, Moon anzuhäufen. Ich hab noch drei Schuss. Oh, hier. Stofflappen. Na, super geil. Achso, ich hab ja noch Granaten. Die sollte ich nicht vergessen. Kommt hier irgendwas? Oh, da oben. Guck mal. Scheiße, Brandsatz. Oh, du bist Geschichte, Vogel. Oh, da ist noch einer. Was ist mit dem passiert? Komm her. Schleimvieh. Oh, jetzt lebt er noch. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist er tot. Jetzt hab ich nur noch Scharfschützenbund jetzt schon. Oh, ein schwarzer Kaffeebächer. Ist hier irgendwie noch ein Vieh? Nee. Hier muss es doch noch irgendwas geben, was mir die Topf lang sind. Das ist mir nichts. Ich geh mal dahinter. Vielleicht finde ich da irgendwelche Munitionen noch. Hey, sonst überlebe ich doch hier keinen Meter mehr. Oh, ein Überlebensführer. Na super, vielleicht hilft mir das ja. Aha, aha. Nichts, nichts, nichts. Da hinten blinkt was. Da blinkt was. Da muss ich hin. Ich hab's gerade gesehen. Gerade eben. Wo war's? War denn das geblinkt? Ich hab das doch blinken sehen. Von hier aus. Wo war's denn das? Da! Hier, Elektrobausatz. coole Sache. Stofflappen. Na, fantastisch. Und hier hinten ist nichts. Gut. Das heißt, wir müssen wieder in die Hülle des Löwen. Mit drei Schuss Mun. Na, aha. Sehr schön. Nee. Das sind nur Bücher. Das nützt mir gar nichts. Was kann ich hier machen? Gar nichts, gar nichts. Also, it's off the air. Eure Texturen sind nicht die schönsten. Habt ihr euch so gedacht, dass man das so ein bisschen hübsch machen kann. Defi ist aufgeladen. Okay. Das ist eine gute Idee. Aber das hilft mir nichts. Ah, wer ist es denn? Ah, wieder so ein Typ. Ähm, ähm, ähm. Hier. Nehmt die. Geht weg, geht weg, geht weg. Nehmt die. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Und los. Und gibt's ein Kontrollpunkt. Weiter ist das. Das krieg ich ja gleich wo dann halt. Oh Gott. Gott. Gut. Das ist ein Kontrollpunkt, mit dem kann ich eigentlich leben. Hier machen wir weiter. Hier gehen wir wieder hoch. Ich glaube, ich habe... Ah, hier. Verpiss dich, Vogel. Ich habe überhaupt keine Moon mehr, ne? Ne, gar nichts. Okay. Aber ich müsste doch noch die Granaten haben. Da sind die Granaten. Nichts. 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 Fäuste. Jawohl. Das einzige, was zählt, sind die Fäuste. Ah! Oh. Ah. Kurz brauchen. Komm her, komm her. Weg, weg, weg. Und... Ja, nimm das. Hat geholfen. Muss das doch noch Moon geben, ey. Das kann doch nicht sein, dass ja alles voller voller Viehzeug ist. Aber hier geht es nicht weiter. Alles dreckes Simpel, ey. Ja. Hier. Okay. Das kann ich alles nicht nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Aha. 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 Nimm. Nimm. Nimm, Junge. Nimm. Hier. Herr Lück. Bausatz. Nein, lass mich durch. Das kann ich nicht nehmen. Da noch. Da noch. Andagen. Aber keine Munition. Nicht ein Schuss Munition. Und? Das Defibrillator Upgrade. Jetzt müssen wir zu Dr. Quasir. Ach, du Schande. Oh, was war denn das? Jetzt habe ich schon wieder Panik gekriegt hier. Oh. Was war das? Was war denn jetzt? Ich sollte hier verschwinden, oder? Scheiße, ich geh jetzt nicht raus. Ah. Ah. Hier. Nimm das. Und du. Nimmst das. Pam. So läuft das hier. Habt ihr euch mal nicht gedacht. Oh, nein. Wo kommen denn die alle her? Nimm das. Hey. Oh, das Infektionsmittel. Na, das könntest du mal selber gebrauchen, du Affenkopf. Jetzt müsste aber Schluss sein hier. Kunden. Ja, Kunden. Ein roter Stuhl. Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Ein Farbtopf. Hey, die wollten mich doch nicht verarschen hier, oder? Ah, hier geht's weiter. Was ist denn das? Nichts. Hey, ich renne ja mit blanken Fäusten durch die Gegend. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wenn jetzt noch ein Bossgegner kommt, war's das. Dann kann ich hier direkt in Wildspring wieder anfangen. Zahnräder, komm her. Hier. Ah, Mann. Also, jetzt wird's langsam haarig hier in dem lustigen Spiel. Was haben wir denn hier? Schraubenset. Okay. Aha. Retro-Bausatz und ein Hammer. Coole Sache. Stofflappen. Und jetzt komme ich hier wieder ins Freie, oder was? Komme ich hier ins Freie? Oder muss ich da lang? Ne, hier geht's ja gar nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Das war schon der richtige Weg. Das war schon der richtige Weg. Da gehen wir jetzt hin. Ach, ja. Aber gefallen tut mir das hier, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich muss da durch. Ich muss da durch, ne? Ja, ja, genau. Ich hab den Defi. Ich habe alles. Gut, komm. Beeil dich. Aber, bevor wir da durchgehen, bevor wir hier rausgehen, sage ich schon mal, Ciao, Cesko. Tschüssi, tschüssi. Euer Alan Quake hier. Und der Herr Lück. Der Herr Lück hat hier echt eine Reise hinter sich. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie zustande kriegen, dass ich überhaupt zu den Quasier da zurückkomme. Weil so richtig geheuer ist mir das hier nicht. Okay, ich wünsche euch was. Vielen Dank fürs Gucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao, Cesko. Tschüss.